Seid gegrüßt und willkommen bei der Mission 52 Und bei dieser Mission ist ein Präventivschlag leider nicht möglich Außer vielleicht mit einem Blender, aber man brauche keinen Blender, definitiv nicht Allerdings werden wir hier einen Vitalisaten und einen Protektor nutzen Und das aus den folgenden Gründen, da das Monster hier die Buffs immer entfernt Und es ein bisschen knapp werden könnte, sonst wegen den 5 Sternen Deswegen nehmen wir das hier, weil das auch sonst viel zu stressig ist Und wir versuchen jetzt hier, das viel so schnell wie möglich down zu bekommen Wir tun hier erstmal ein paar Debuts auf jeden Fall drauf Und greifen wir dann mit Sturmkommando an und versuchen wir es dann hier so schnell wie möglich kaputt zu hauen Natürlich kann man das hier auch in Schockmodus bringen, das Tierchen Aber wir haben hier daraus verzichtet, aber man kann es natürlich auch machen Und somit ist das hier noch eine Frage der Zeit Natürlich tut das vier nach und nach immer die Buffs zu entfernen, das ist hier nicht so geil Wir greifen hier im Prinzip gerade ohne Hast an, aber es brecht trotzdem Und wie gesagt, man kann es hier natürlich in Schockmodus bringen Allerdings würde ich sagen, es bringt nicht ganz so viel, aber man kann es ja machen So, wir haben hier dann wieder die 5 Sternen erreicht Und ich hoffe, ich konnte euch hiermit weiterhelfen Und hier geht es nun weiterhrift. Und dann kannst du jetzt gerne aufh肉